Rundschottspiele und ein Oma-Kutan, zwei kleine Schlangen und ein Elefant. Die Katz, die Maus, der Elefant, sonst ist da niemand. Wir haben uns drei Tage lang zu einer Strategie-Klausur zurückgezogen. Wir haben lange heftig debattiert, zwei Tage engagiert. Ich höre alles, was es zu hören gibt. Ich hatte die Rückseite der Politik schon kennengelernt. Und nun wollte ich hören, was diejenigen sprachen, die das Ganze von der anderen Seite besprachen, die Vorderseite. Ich habe den Menschen aufs Maul geschaut. Wir angefangen den Wählern aufs Maul zu schauen. Ich habe dieses Parlament geliebt. Dass dabei die durchaus ernst gemeinten strategischen Vorüberlegungen der letzten Legislaturperiode hinübergefallen sind, das ist eine Anmutung. Aber ohne alles ist alles nichts. Wie kann die Mehrheit bloß die Wahrheit ersetzen? Alles, alles immer erklärt. Niemand war mehr bereit, irgendeine Entscheidung ohne Erklärung hinzunehmen. Ich freue mich, dass ich am nächsten Tag auch reden kann. Von dir entscheiden. Und wenn es euch nicht passt, dann wählt ihr uns einfach nicht mehr. Hier geht es um den Unterricht. Hier geht es um die emotionale Entwicklung. Hier geht es um die Zukunft. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich mich für Sie einsetze. Was hat denn die Demokratie mit dem Tod zu tun? Wir hatten uns verliebt in dieses kleine Parlament. Gemeinschaft! Heuer! Widerschlaven! Schlaven! Wir haben Widerstand! Riecht und Gemeinschaft! Heuer! Widerstand! Widerstand! Wir haben Widerstand! Riecht und Gemeinschaft! Wir lachen über eure Reaktion. Wir klopfen uns auf die Schenkel. Die Nacht folgt auf den Tag. Es ist gesagt. Es ist in der Welt. Die Zukunft ist beschworen. Das ist in der Welt. Untertitelung. BR 2018